Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Und so macht sich Zwölfens mit Selfie, Vesprit und Torbots auf den Weg zur Kristallhöhle. In der Zwischenzeit sind die anderen Pokémon damit beschäftigt, das Gerücht zu verbreiten, dass Torbots und die anderen das Zahnrad der Zeit versiegeln wollen. Was die Pokémon der Knudelluftgilde angeht. Für mindestens ein paar Tage Aufgabe, das alles in eurem Pokémon auf einen erfolgreichen Arbeiter-Tag. Ah, hurra, hurra, hurra. Ja, ich muss mich mal eben anders hinsetzen. Irgendwas ist anders momentan. Ich weiß nicht, irgendwie muss ich mein Mikrofon. Wohl, irgendwie, keine Ahnung. Es ist anders. Oh, E2. Ja, okay. Schrift erreichen, ja, okay. Konnungsteam-Verband hat eine Nachricht geschickt. Bonus-Episode, das auf Feuer des Tages wurde freigeschalten. Cool. Nice. Weitere Bonus-Episode, ich glaube, das ist die letzte, vorletzte, vorletzte oder letzte? Ich weiß es nicht genau. Normal Arbeit, ja, okay. Was haben wir so für Jobs? Strandhöhle, Apfelwald und nochmal Apfelwald, okay. Gucken wir mal, was wir hier so kriegen. Dip, 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 ein. Was? Nidorino-Eskortin, das machen wir gerne. Nordwüste-Grüngummi finden. Eieiei, das gibt, alter, das ist eine krasse Mission. Okay. Was haben wir hier noch so? Dim, didididim. Au, 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 au. Fragezeichenbelohnung, das ist schön, nehmen wir auf jeden Fall mit. Den Nebelwald. Haben wir noch Dings im Team? Ah, wo ist im Team? Super. Dididim, dididim, dim, 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 dim. Ach, ja. Ja. Amir, 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 ich war, ja, genau. Äh, nehmen bitte. Wir haben 666 Poke gehabt. Zufall? Ich denke nicht. Hm. Ja, wir müssen, ich guck mal, ob wir jetzt ein Grüngummi finden. Oder bekommen in dem Shop. Dim, 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 dididim. Nein, aber ein Weißgummi, brauchen wir aber nicht. Okay. Was haben wir hier denn so? Ja, wo hast du jetzt hier, findest du? Huahi, huha, und so. Äh, Flio, 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 Meliorior. Hm. Ah, dass die immer alle nach sowas so viel sagen müssen. Oder immer noch was extra zu sagen haben. Ist echt manchmal nervig. So, wir können, ei, ei, ei. Wir haben nur noch einen Belebersamen, Alter. Einen. Dim, 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 dim. So, gut. Das lagern wir alles. Wir haben auch keinen Belebersamen mehr im Lager, oder? Ich glaub nämlich, ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir... Ah, wir haben auch Gold. Na, egal. Können wir... Erstmal da lassen. Ne, wir haben keinen Belebersamen mehr. Wir haben... Boah, wir haben auch viele Samen. So am Gesicht. Einfach so. Wow. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Dim, 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 dim. Ach ja. Ich hab eine Nachricht bekommen. Okay. Äh, ich würd sagen, wir machen auch gleich die Nordwüsten-Mission, oder? Ja, wir haben zwar kein Grüngummi, aber E8. Es soll E8, es soll ein Grüngummi liegen. Beziehungsweise sollen wir es abgeben. Vielleicht finden wir... Ich bin... Irgendwie will ich die Mission noch nicht machen, nein. Machen wir... Wir machen einfach mal ganz stumpf Slimer helfen in der Strandhöhle. Ganz stumpf. Dann haben wir die Fragezeichen-Mission weg. Wir werden auch wahrscheinlich keine Strandhöhlen-Mission mehr finden. Deswegen einfach mal die Mission machen. Dann haben wir das erledigt. So ein Grub. Yeah. Neun Erfahrungspunkte hat es gegeben. Ich bin begeistert, Alter. Da oben ist doch schon... Das Slimer, was wir retten sollen. Oh mein Gott. Ich habe ein Damage bekommen. Hallo, Slimer, komm her. Danke. Ja, wir wollen es retten. Vielen Dank. Ja, ist okay. Äh, ja. Verlassen und ja, gehen. Din, din. Vielen Dank für die Rettung. Joa. Wir kriegen Welser ins Team, das ist nice. Aber wir haben schon eins, oder? Egal. Ist okay, ist okay, ist okay. Hätte sein können, dass wir wieder ein Ei bekommen oder so. Na egal, haben wir halt ein Welser im Team. Ist doch auch nicht schlecht. Dim, dim. Ich weiß gar nicht, wie viele Missionen wir jetzt machen müssen. Oh. Zwischensequenz? Okay. Bist du noch wach, Doki? Ich muss schon sagen, heute gab es viele Überraschungen. Als der große Zwölfens sagte, dass er aus der Zukunft kommt. Das war total irre. Zwölfens hat Reptain aus der Zukunft bis in unsere Welt verfolgt. Er ist gekommen, um diesen hinterhältigen Reptain zu fangen. Um ihn dann mit zurück in die Zukunft zu nehmen. Warum ist er, darum ist er dafür verantwortlich, dass Reptain geschnappt wird. Wir müssen Zwölfens vertrauen. Um ehrlich zu sein, ich würde Reptain zwar gerne selbst fangen, aber der Aufgabe bin ich noch nicht gewachsen. Letztendlich müssen wir uns auf Zwölfens verlassen. Doki? Du schläfst wohl schon? Ich wollte, ich sollte besser ausschlafen. Es wäre toll, wenn Reptain bald geschnappt wird. Gute Nacht, Doki. Schnaufe, Jut. Der nächste Morgen. Auf Schnaufe, bis morgen! Morgen. Nein, ich will nicht speichern. Ich speichere jetzt zwischen den ganzen Scheiß Sachen nicht mehr. Ich habe ja meine... So ist der Stand. So ist der Stand. Wir haben noch nicht gehört, ob Reptain gefangen wurde. Hey, 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 geht. Das weisbredet und seid voll gut. Was ist mir auch nicht. Wir haben überhaupt keine Informationen bekommen. Wir tappen mit dem Dunkeln. Trotzdem können wir nicht auf eigene Faust losziehen und die Falle gefährden. Wir werden abwarten, bis wir irgendwas hören. Bis dahin sollten wir unserer gewohnten Arbeit nachgehen. Ah, ist ein Pokémon an die Arbeit. Hurra! Jetzt kommt wieder... Ja, wir sollen Jobs erledigen und so. Ja, genau. Ähm... Ja, ich werde jetzt zwischendurch nicht mehr speichern. Ich habe die Safe States immer nach dem Part. Es dürfte reichen eigentlich. Was haben wir denn? Wir haben Apfelwald, Nebelwald und Nordwüste. Okay. Wasserfallen, Höhle. Hornberg. Solange nichts Gutes dabei ist, mache ich die Mission halt nicht. Nebelwald können wir annehmen. Haben wir auch noch dabei. Apfelwald hätten wir noch. Oh, Schroffküste. Schroffküste. Nordwüste. Ich will die Nordwüste noch mit aufnehmen. Gerne. Nimm Dodri fest, genau. Weil da... Hm, Jobliste. Was haben wir denn so? Apfelwald, Nebelwald, Nordwüste. Wäre halt schon ganz praktisch, ne? Ja, komm, machen wir das weg. Nebelwald. Ist nur eine A-Mission. Was sind sonst zwei S-Missionen? Was würde ich denn lieber haben? Nordwüste? Ich glaube schon, oder? Die eine Fragezeichen-Mission. Können wir verzichten. Wir nehmen die Wort Nordwüste mit. Jobliste. Dann machen wir jetzt erstmal die Mission im Apfelwald. Obwohl, im Nebelwald wäre eigentlich praktischer, oder? Nimm Hopspros-Fest. Sandama-Fest nehmen. Vabribi. Und Grüngummi. Ne, das ist nicht Nebelwald. Drei im Nebelwald, drei in der Nordwüste. Machen wir das erstmal später. Später. Machen wir jetzt Nebelwald. Haben wir drei Missionsplätze wieder frei? Ist doch super. Dimm. D-d-dimm. D-dimm. D-dimm. Wir gehen jetzt noch nicht nochmal extra in den Shop oder so. Wir haben ja nichts wirklich bekommen. Könnten uns zwar gucken, ob es da halt... Dings gibt. Ähm... Blebersamen, aber... Ne. Wir machen jetzt wieder die Mission hier. Ich hab gar nicht gleich nachgeguckt, welche Ebenen müssen wir denn? Anderes. Missionsziele... Sieben, Elf und Zehn. Okay. Dimm. Dimm. Ja, hier kriegen wir auch keine Erfahrung mehr. Macht ja auch Sinn. Ist ja auch schon ein bisschen her, dass wir hier das letzte Mal waren. Was hatten wir hier für Level 17? Irgendwie sowas, glaube ich, oder? Egal, wir besiegen trotzdem nochmal alle. Ne süße Box nehmen wir gerne mit. Die Boxen müssen wir dann auch nochmal irgendwann machen. Ich glaube, das mache ich offscreen, oder? Ich weiß es noch nicht. Wie ich das handeln werde. Dimm. Sag jetzt nicht, die Treppe ist dort oben. Oh, echt jetzt? Wow. Wow. Ich bin begeistert. Dass es hier so neblig ist in dem Nebelwald. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Da kommen wir gar nicht lang, okay. Dein Ernst? Oh, Mann. Was habe ich fixiert? Energiebeil, okay. Zork. Ja, wo tut es weg? Machen wir mal so. Was? Das zieht echt wenig ab. Ich habe mehr erwartet, muss ich sagen. Irgendwie. Aber okay. Was haben wir hier? Nichts, okay. Da ist die Treppe. Aber ich will noch das Poké da haben. Danke. Okay, nice. 131 hat diesmal das Zickzacks gegeben. Okay. Krass. Schlafsame. Ich will Belebersamen finden. Davon bräuchten wir nämlich wieder ein paar neue. Wäre auf jeden Fall doch schon vom Vorteil. Komm. Geh weg. Da ist die Treppe. Nice. E5. Noch zwei Ebenen. Dein Ernst? Du hättest dich ja noch einen Schritt zu uns zu bewegen können. Flaresam. Das ist auch jetzt nicht so. Das, was ich unbedingt jetzt brauche. Aber okay. Was soll's. Ist es halt so. Auch nichts. Ja gut. Auch nichts. Ein Hopspross. Ne, Hobelupf. Hobelupf. Genau. Nein. Äh. So. E6. Noch eine Ebene. Und das ist schon. Da ist die Treppe sogar schon. Okay. Cool. Oh. Immer dieses Aufruhr. Din, din. Ebene 7. Und da ist das Hopspross. Genoven wurde ausfindig gemacht. Schwarz. Was? Sonngraben. Ja. Das hilft jetzt nicht unbedingt viel. Macht jetzt nicht so super viel Damage. Aber Dunkelschlag dafür umso mehr, Alter. Hoi, hoi, hoi. Gut, dass Dragon Dunkelschlag kann. Ohne Witz. Also ich mein, die Attacke ist super. Halt sonst dafür, dass er sonst eigentlich nur... Ja gut, er kann noch eine Kampfattacke. Und... Ne, zwei Kampfattacke und eine Normalattacke. Aber das ist halt... Weiß nicht. Nicht so das Wahre. Das ist Dunkelschlag schon ganz gut. Dass er die Attacke noch kann. Eine Geistattacke halt. Gegen Unlicht-Pokémon und so. Oder Geist-Pokémon. Weil sonst hat er dagegen ja keine Chance. Mit seinen Kampf und Normalattacken. Haben da nicht so viele Chancen. Dein Ernst? Sackgasse? Mann. Immer diese Sackgassen. Näh. So, jetzt noch Ebene 10 und 11 war das. Ne, genau. Ebene 10 und 11. Und zack. Treppe? Treppe. Und ein Gummi. Ein Royale-Gummi. Ups. Haru. Dunkelschlag ist super. Ach, scheiß auf die coole Box. Ganzen Items brauchen wir nicht. Ich muss mal kurz einmal Team. Nein, ähm... Nein, ich mein... Ah, so. IQ. Zwei auf der Seite, genau. Okay. Wollte ich nochmal nachgucken. Ich war mir nämlich gerade nicht mehr so ganz sicher. Ähm... Erholung. Ja, ich war mir nicht mehr so ganz sicher gerade. Wie viel IQ-Punkte wir haben und wie viel dann halt Haru noch brauche. Äh, brauche. Ja, brauche. Äh, ja. Es dürfte eigentlich schnell erreicht sein, würde ich sagen. Dürfte er gut... Ja, schnell aufholen. Doch. Ich denke schon. Gegenschlag. Aber die Attacke ist auch super, finde ich. Die Attacke ist auch super. Ne, Moment. Was hat er für Attacken? Ah, Biss. Stimmt. Normal, Unlicht, Geist und Kampfattacke. Stimmt. Er hat ja noch Biss. Stimmt. Ja, ist Dunkelschlag gar nicht mal so nötig eigentlich. Aber Dunkelschlag ist schon eine super Attacke. Bist du in Ernst? Oh. Jetzt muss ich hier noch einen großen Apfel essen. Ist aber schnell gesunken diesmal, ne? Oder kam mir das nur so vor? Sind wir so viel gelaufen? Was? Ganova, woher ausfindig gemacht? Äh, Rasierblatt bitte. Zack. Wow. Das ging schnell. Ich weiß nicht, wie wir damals Probleme gegen die ganzen Ganoven hatten, Alter. Und jetzt gehen die so mega easy alle. Das ist mein Apfel, Pinsier. Ja, du darfst ins Team. Nein, du kriegst keinen Totkosenamen. Denn. Danke für den Apfel. Oder fürs Apfelaufheben. Pinsier. Zurück zur Gilde. Zack. 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 Ah. Dein Ernst. Oh, dein Ernst. Zack. Was? Fick das schon wieder an? Dass meine ganzen Attacken daneben gehen, das geht ja gar nicht. Okay. Noch eine Ebene. Ich wette, hier kommen wir nicht zurück. Nein, natürlich nicht. Hallo, Noctu. Ah. Na, der wird 30. Immerhin. Ah, schon. Ist schon recht weit, ne? Dragon einfach mal. Wie viel KP Dragon einfach mal mehr hat als wir, ne? Und als Knacklion, Alter. Ei, ei, ei. Schon krass. Schon krass. Hallo, Paprivi. Ach, ich geh mal kurz hier oben hin. Damit Knacklion uns folgt. Äh, folgt. Ja, folgt. Und auch angreifen kann. So ein Grab. Dein Ernst. Ha. Das war krasses Damage. Oh Gott. Ja, wir wollen aus dem Dungeon. Ja. Was? Was war das für ein Damage? Heilige Scheiße. Ahem. Ja, zum Beispiel. Nehmt dieses Item zur Belohnung. Energie bei. Nochmal. Top Alex hier, okay. Nochmal Item. Gustosamen, okay. 90 Akundaran-Punkte. Nice. Außerdem, hm, Samdama gefangen. Kaufgeld von 350. Ist okay. Azugummi. Oh, das ist okay. 90 Akundaran-Punkte. Schöne Sache. Jetzt kommt Magma. Dieses Ei. Oh, schön. Charnera-Tagesstätte. Schön. Ich muss mal gucken, wie diese... Wie das gerechnet wird. Wann ein Ei ausgebrütet wird. Im Mystery Dungeon. Bei Pokémon sind es ja so und so viele Schritte laufen. Ähm. Also beim normalen Pokémon halt. Ich weiß nur nicht, wie es bei Mystery Dungeon aussieht. Deswegen müsste ich mal nachgucken. Müsste ich mich mal auf jeden Fall erkunden. Erkundigen. So. Ähm. Hör mal, Doki. Wie es von Tobots und seinen Freunden geht. Glaubst du, dass sie gerade gegen Raptan kämpfen? Bei dem Gedanken kann ich gar nicht schlafen. Wenn man mal darüber nachdenkt, kommt einem alles so seltsam vor. Ich meine, Pokémon aus der Zukunft? Ob das wirklich so möglich ist? Stimmt. Es ist schwer zu akzeptieren, dass ein Pokémon aus der Zukunft kommen könnte. Fällt mir ein. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Die zukünftige Welt aus der Zwölf und St. Raptan kommen. Wie sie wohl ist? Ist die Zukunft wie die Gegenwart? Ist es eine friedliche Welt? Äh. Morgen müssen wir wieder früh aufstehen. Ich muss mich zwingen, einzuschlafen. Schlaf jetzt, Doki. Gute Nacht. Morgen. Morgen geben wir wieder unser Bestes. Gute Nacht. Schlaf gut. Der nächste Morgen. Hau geschlägt dafür. Der nächste Morgen. Oh. Schon wieder. Und morgen, Doki. Nein, ich möchte nicht speichern. Und hiermit bänden wir auch diesen Part, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut. Drei. No. 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 No.